Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Karneval im Bürgerhaus. Am Sonnabend, dem 5. Dezember, stellt der Güstrower Karneval Club 89 sein aktuelles Programm Lucky Luke und Winnetou und der GCC kommt auch dazu vor. Der Einlass ist um 19.30 Uhr, der Einmarsch des GCC ist für 20.11 Uhr vorgesehen. Eine fachkundige Führung durch die neue Ausstellung im Schloss Außer Kontrolle Farbige Grafik Mehlart in der DDR steht am Sonnabend, dem 5. Dezember, im Kalender. Die Kuratorin Dr. Cornelia Röder wird die Exponate vorstellen und viel Wissenswertes über die ausstellenden Künstler vermitteln. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Einen Vortrag zur aktuellen Situation im Nahen Osten kündigt die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege für Mittwoch, den 9. Dezember an. Dr. Christina Eichhorst stellt vor allem die Situation in Syrien sowie die Strukturen und Ziele des IS in den Mittelpunkt ihres Vortrags. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017